Wir wollen, dass Service Learning an allen Universitäten verpflichtender Bestandteil des Curriculums wird und dazu sind natürlich auch noch Rahmenbedingungen zu verändern. Das hat auch mit den Finanzen zu tun und wir hoffen natürlich auf die bayerische Verfassung, die soll nämlich am 15.09. geändert werden. Ehrenamt wird in die bayerische Verfassung kommen und das bedeutet letztendlich auch, dass dadurch mehr finanzielle Mittel für das Ehrenamt, für Service Learning zur Verfügung stehen und darauf setzen wir.